Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, Herrn Berg. Guten Morgen. Moin. Ja, ich habe ja deine oder eure kleine Morgenshow vorhin verfolgt, als ich sozusagen unter der Dusche mich frisch gemacht habe, lief nebenbei auf dem Handy. Moin, moin. Und Fragen, die mich natürlich beschäftigen, was ist mit deiner verkürzt Bade los? Fragen, die mich beschäftigen, wann habe auch ich ein Fläschchen Janine D. hier bei mir? Ja, zu Recht. Fragen, die ich nicht gut bekomme und überbewerten ihre Tätigkeit im Leben und vor allen Dingen finden das total sexy, um sich selber zu erhöhen, meinen Namen zu verwenden. Das fand ich sehr skurril. Das finde ich sehr lustig, was da am letzten Tag passiert ist. Ich würde das gar nicht weiter erwähnen. Nee. Mir geht das völlig am Arsch vorbei. Es ist mir völlig egal. Es ist auch allen anderen Menschen völlig egal. Vor allem bei dieser YouTuber-Glauben, vorausahnen zu können, wir machen weiterhin Videos und wir machen einfach weiterhin keine Videos über sie. Wir haben vorher keine Videos zu dem Thema gemacht, außer wenn das Format lief und wir werden auch hinterher keine Themen machen. Und der einzige Grund, warum wir überhaupt das zum Thema gemacht haben, und das sollte man vielleicht nochmal kurz sagen, also es geht um diesen Kollegen Mike da. Oh, jetzt hast du den Namen doch gesagt. Ja, es tut mir leid. Ich habe meine Nachnamen nicht gesagt. Also der einzige Grund, warum wir das ja machen, ist, weil ich, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 27 Mails bekommen habe von Menschen, die mir alle nicht bekannt sind. Nicht bekannt, das ist ganz wichtig. Menschen, die ich bis jetzt nicht kannte, haben mir in großer Anzahl geschrieben, ob ich denn schon wissen würde, was dieser YouTuber, der mal im Sommerhaus der Stars war und sonst was gemacht hat, ob, was der da jetzt machen würde und der würde doch über Reality-Fernsehen auspacken oder ob ich als jemand, der damit zu tun hat und sich damit auskennt, ob ich vielleicht etwas dazu sagen möchte zu diesem Thema. Und deswegen haben wir das überhaupt nur gemacht. Wir hätten nie, wir hätten nie im Leben, hätten wir irgendwas mit diesem Vogel zu tun gehabt, wenn nicht so viele Menschen gesagt hätten, dass er etwas, also das zeigt ja auch, dass er eine Community hat anscheinend, und dass er der, was mitgeteilt hat, was für die so zweifelhaft oder fragezeichenmäßig besetzt war, dass sie unbedingt wollten, dass jemand, der sich damit auskennt, dazu äußert. Daraufhin haben wir das überhaupt nur angeguckt. Dass das jetzt bewertet wird, als dass wir, also ich habe ja sogar irgendeine Pipi Langstrumpf oder so, hat dann drunter geschrieben, dass wir uns, dass ich mich von ihm ernähren würde und dass ich ihn stalken würde, seine Seite, so ein unfassbarer Blödsinn. Aber es ist auch egal, man muss auch einfach sagen, komm, mach deinen Scheiß weiter, wir machen unseren Scheiß weiter. Und vor allem, und vor allem, dass dieser Mensch glaubt, nachdem er unseren Kanal analysiert hat, er hat irgendwie noch mal erzählt, die Tage habe ich ganz vergessen zu erzählen, dass er sich alle Videos von unserem Kanal runtergezogen hat, warum auch immer. Ja, der Tagesfragsstand anscheinend. Ja, weil er wollte ja arbeiten, gegen geht er jetzt doch nicht, weil er verschnupft ist. Also jetzt geht er morgen am Mittwoch arbeiten, schauen wir mal. Ja, nein, aber er hat ja mehr oder weniger sozusagen uns durch die Blume gratuliert, dass wir jetzt endlich fame werden durch das Thema mit ihm. Weil, ich habe mal zusammengezählt, die Videos, die wir seit Sonntag gemacht haben, die sich mit ihm befasst haben, haben jetzt 12.000 Abrufe. Darf ich ganz kurz sagen, nachdem er immer sehr gerne auf unserem Kanal scrollt und erzählt, dieses Video hat nur 80 Abrufe, dieses Video hat nur 200 Abrufe. Darf ich kurz sagen, unser erfolgreichstes Video über die neue Pumucke-Serie, die wir beide sehr lieben, hat bis zum heutigen Tage 53.000 Abrufe. Das zweiterfolgreichste Video, da geht es auch um Pumucke, wo ich nämlich aus dem Kino komme, mir den angeschaut habe und einfach kurz erzähle, wie ich ihn finde, hat 22.000 Abrufe. Und alle Nachfolgenden, da kommen wir mal drin vor, da geht es um das letztjährige Sommerhaus und Valentina, Promi, Big Brother, whatever. Ja, natürlich, das ist eine gewisse Bubble und so weiter. Aber Entschuldigung, am Ende nehmen wir uns nicht wichtig und andere sollten sich einfach auch nicht so wichtig nehmen. Was ich viel bedenklicher finde und damit möchte ich das Thema auch abschließen, ist, dass man, also zwei Dinge, die ich sehr befremdlich fand, war, dass man mir unterstellt hat, irgendwie dadurch, dass unter unseren Videos ja meine Paypal-Adresse eingeblendet ist, wenn man uns unterstützen möchte. Das hat er ja scharf kritisiert, das wäre ja Bettelei und gestern Abend im Live hat er dann gesagt, nachdem ihm zwei im Chat gesagt haben, mach doch auch eine Paypal-Adresse rein und hat dann wirklich laut über, okay, das wäre vielleicht doch eine gute Möglichkeit, denn man muss sich von uns vorstellen. Ich weiß nicht, ob du dich schon gefragt hast, warum es so hallig ist, wenn er da Videos macht, ist alt relativ. Nee, hätte ich mich nicht gefragt, weil ich habe es mir gar nicht richtig angeguckt, ich habe ja nur das angeguckt, was wir zusammen angeguckt haben. Die Wohnung, die Wohnung ist nämlich komplett leer, also die ist komplett leer, außer dem Tisch und dem Stuhl und dem PC und dem Handy und so weiter und weil er vor kurzem halt erst wohl umgezogen ist in diese Wohnung und hat jetzt, erzählt jetzt auch alle fünf Minuten, dass er, und wir haben heute den, was ist heute der, 16. ist heute? 19. 19. 19, pardon. Und er hat für den restlichen Monat keine Kohle mehr, um seinen Kühlschrank zu füllen. Und das hat er gestern ein paar Mal erwähnt und da gibt es Unterstützer und das gönne ich ihm von Herzen, die haben ihm wirklich Care-Pakete geschickt. Also er geht heute zur Post, um sich Pakete abzuholen, weil da Lebensmittel drin sind, damit er den restlichen März was zu essen hat. Also jetzt muss ich mal was dazu sagen, wenn das wirklich so ist, wenn das wirklich so stimmt, dann bin ich da und dann spende ich auch was. So, hast du noch ein Eierdekör von Michaela Schafrath über? Habe ich über, ja, tatsächlich könnte ich zum Beispiel hinschicken, ich habe jetzt seine Adresse nicht, aber die werden wir ja rausfinden. Und das andere ist tatsächlich ernsthaft, wenn es jemand so schlecht geht und der liegt am Boden, das hat ja auch schon unser Freund heute gesagt, dann sollen wir nicht drauf treten. Ich muss nur mal ganz deutlich sagen, ich habe zu keinem Moment irgendwo drauf getreten und ich habe auch gar nichts mit dem, ich kenne ja, ich habe da wirklich nichts mit zu tun. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben aufgrund der Tatsache, dass so viele Menschen uns geschrieben haben, was da passiert und was der da für Aufdeckungssachen machen, uns gebeten hat das, also die haben sich uns gebeten, uns das anzuhören, das haben wir gemacht und haben es entsprechend launig kommentiert. Und das ist leider, muss man sagen, völlig in Ordnung. Aber es ist auch gar nicht wichtig, es ist total irrelevant. Das ist der Punkt, das ist der Punkt, es ist am Ende gar nicht wichtig. Vergangen an den Tag, wo wir es gemacht haben, war es schon vergangen und die Idee, wir hätten drei Videos an einem Tag zu ihm gemacht, ja, das stimmt, aber hätte er nicht so hysterisch reagiert, hätten wir gar nichts mehr gemacht, wir hätten gar nicht mehr darüber geredet und keiner hätte die Videos jemals gesehen. Jetzt haben wir dank ihm plötzlich tatsächlich wahrscheinlich mehr Zuschauer, als wir eigentlich gehabt hätten für dieses uninteressante Thema. Genau, und 360 neue Abonnenten seit Sonntag. Also da gibt es durchaus zumindest ein kleines gesteigertes Interesse, aber sorry, trotz alledem. Aber dafür könnten wir ihm schon mal was überweisen, finde ich. Dafür, dass er uns 360 Kunden gelegt hat, können wir auch mal, das ist 11,20 Euro oder so, überweisen, finde ich. Genau, also er hat ja übrigens auch kundgetan, was er sozusagen jetzt aus dem letzten Monat, man kriegt ja bei YouTube immer im Folgemonat für den vergangenen Monat überwiesen, immer um den 20. rum und dass er aus dem Februar heraus irgendwie satte 17 Euro verdient hat über YouTube, das tut mir natürlich leid. Also da muss man sich, nachdem er ja uns sagt, dass wir den falschen Content machen, würde ich mal überlegen, ob mit 17 Euro Monatseinnahme über YouTube, ob sein Content denn der richtige ist. Aber, ich muss auch wieder sagen, pass auf, ich als Reality-Fachmann sage dir, wenn das die Themen sind, die ihn wirklich in dieser Art und Weise zurzeit so beschäftigen, dann soll er die Themen auch rausbringen, weil es ist wenigstens ehrlich. Die reden ja immer von real und nicht real, kommen wir gleich zu wegen Big Brother und so, ne? Genau. Also das finde ich, ich finde es dann tatsächlich, was da passiert, finde ich dann wenigstens real und das ist er im Moment gerade, das ist sein Zustand im Moment gerade, körperlich, geistig und was eben finanziell, whatever, das ist sein Zustand und wenn das sein Zustand ist und er dokumentiert diesen Zustand hier und unterhält damit eine gewisse Community, ist es ja total in Ordnung. Was mich, also nicht irritiert, sondern ich weiß ja, wie diese Menschen drauf sind und wovon die leben und so, ich finde es erstaunlich, dass er eben tatsächlich so wenig eigene Themen hat, dass er sich jetzt so komplett irrsinnig draufstürzt und wirklich glaubt, dass es irgendeine, also, dass es irgendjemand interessiert, wer bin ich, mich interessiert es nicht, dass er jetzt anfängt, meine Wikipedia-Einträge vorzulesen. Kann er machen, also danke für die Promotion, aber es hilft mir nichts, interessiert mich nicht, ich habe damit auch gar nichts zu tun. Ja, und vor allem immer, finde ich ganz toll, hat er gestern, er macht ja gerne jetzt jeden Abend um 20 Uhr live bei YouTube und sein Hauptthema sind dann erstmal immer wir, also ahne ich, was heute Abend passieren wird, aber... So, was macht der, wieso, also er macht live abends immer noch live oder was? Ja, YouTube live, das ist das, wo du am Sonntag reingeschaut hast, auch in den Werbepausen von... Ja, genau, da habe ich mal kurz reingeschaut, da hat man mir, er hat zu mir, irgendwie hat er doch, habe ich gehört, irgendjemand hat mir erzählt, der hat mir geschrieben und hat gesagt, ob ich seinen Kanal die ganze Zeit angucke, dann habe ich ihm gezeigt, wann ich in dem Kanal drin war, das kannst du genau gucken, an den Minuten und sowas alles, wann drin warst, sonst habe ich ihm gezeigt und dann hat er gesagt, ach so, der hat angeblich, irgendjemand hat er erzählt, dass ich da stundenlang bei ihm im Kanal wäre oder irgendwie sowas. Natürlich, du hast auch nichts anderes zu tun. Ich sage es nochmal ganz deutlich, es ist, also ich wünsche ihm wirklich von Herzen alles Gute, ich finde es super, dass er anscheinend einen neuen Weg geht, weil der alte Weg nicht mehr funktioniert, ich bin, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, ist, es geht doch eigentlich, ich habe, also wir haben ja, wir sind ja darauf hingewiesen worden, weil es irgendeine neue Sendung gibt, irgendwie prominent getrennt oder so, wo er mit, es ist doch, der Aufhänger scheint doch zu sein, dass mit dieser Sendung irgendwas ist, wann kommt denn diese Sendung endlich eigentlich, was ist denn mit dieser Sendung? Es gibt noch keinen Ausstrahlungstermin, aber wahrscheinlich werden sie es jetzt vorziehen, nachdem ja die Welle der Entrüstung sozusagen über Deutschland hereinbricht. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, nachdem er gestern Abend im Live gesagt hat, er möchte sich komplett aus dem Fernsehen zurückziehen, das macht er komplett und als er sich dafür entschieden hat, schon am Wochenende, kamen gestern wohl zwei oder drei Anrufe von Produktionsfilmen für neue Formatanfragen. Und jetzt mal du als Profi, ist man gut beraten, ihn für weitere Formate zu verpflichten? Denn du hast ja am Sonntag erwähnt, wenn überhaupt, dann wird... Das ist tatsächlich, das ist eine tatsächlich wirklich spannende und gute Frage. Also wenn ich jetzt mal, also Promibüßen haben wir schon hinterher, blöderweise, das heißt, der Kuchen ist gegessen. Ich weiß es nicht so richtig, weil entweder, das kann ich jetzt nicht sehen an seinem Verhalten jetzt, was uns betrifft, aber auch das kann ja emotional aufgeladen sein in einer schwierigen Situation und so. Ich glaube schon, dass er aufgrund der Tatsache, was jetzt alles passiert ist, wahrscheinlich eine interessante, also dass er so eine interessante Entwicklung nehmen könnte. Weil stell dir mal vor, jetzt mal ganz, also ich hoffe, er hört das jetzt nicht, wenn er das hört, dass er ganz nachdenklich wird. Nein, nein. Aber jetzt stell dir mal vor, er würde tatsächlich sich den ganzen Scheiß angucken, den er gemacht hat. Er würde sagen, komm, da ist viel auch falsch rübergekommen, ich habe auch Fehler gemacht und man führt das jetzt Ganze wieder irgendwie zusammen. Und er würde tatsächlich irgendwas Cooles machen. Ich sage jetzt mal, ist jetzt ein bescheuertes Beispiel, aber nehmen wir an, er würde jetzt zum Beispiel sagen, pass auf, ich möchte gerne mein Leben mit Liedertexten und ich... Er möchte als DJ wieder auftreten, hat er erzählt. Genau, da wollte ich jetzt nicht den leichten Weg, sondern den etwas schwereren Weg gehen, er lernt jetzt Gitarre spielen und er schreibt sozusagen Lieder, die ihn wirklich vom Herzen bewegen und er kommt über mit so einer Geschichte. Da würden erst alle lachen. Wenn das dann aber ernst gemeint ist und wenn er es halbwegs handwerklich gut macht und wenn er sich wirklich Mühe gegeben hat und was gelernt hat, dann ist das ein Wandel, der ihm extrem, extrem zugute kommen würde, weil nämlich jemand, der ganz unten ist irgendwo, wenn der etwas leistet, dann ist diese Leistung ja immer doppelt und dreifach so gut bewertet. Das heißt, er hat im Moment gerade, glaube ich, alle Chancen auf der Welt, wenn er tatsächlich als Mensch anders wird, wenn er als Mensch sich entwickelt, wenn das alles passiert, dann hat er eine wirklich gute Chance, auch eine spannende Figur zu werden. Das ist halt das Ding. Nur, wenn du jetzt siehst, dass er sagt, er hat den Wandel gemacht, jetzt packt er also für mich in komplett leihenhafter Art und Weise irgendwie über die Gemeinheiten des Reality-Geschäfts aus und so weiter und so fort, ist das für mich noch keine Änderung. Aber es kann ja sein, dass er in so einem Prozess drin ist und dass er mit irgendeiner Beratung zum Beispiel zu tun hat, die ihm da vielleicht auch tatsächlich hilft und so und wenn dem tatsächlich so wäre und wenn es so wäre, dass er tatsächlich ein anderer Mensch ist und dass er sich eben nicht so aufführt, wie er das jetzt in den letzten Tagen auch wieder gemacht hat und so und sich da in so eine Akronummer, ich habe ja auch Mails, habe ich dir erzählt, ich habe ja Mails bekommen von Leuten, die von ihm sogar bedroht worden sind in der Vergangenheit und die, also diese ganzen Anwaltsgeschichten, diese ganze Scheiße, also das scheint ja auch irgendwie so ein Muster zu sein. Aber nehmen wir an, er würde davon weg und würde sagen, ich sammle mich jetzt, ich sehe cool aus, er sieht ja optisch gut aus und sowas alles und jetzt sehe ich zu, dass ich meine Seele und mein Inneres auch mal aufkehre und dass ich irgendwas mache, was mir wirklich am Herzen liegt, ich mache jetzt was richtig Gutes und dabei lasse ich mich auch filmen. Das kann eine mörderspannende Geschichte sein. Davon muss da nur der Produzent überzeugt sein. Wenn der Produzent ihn nimmt dafür, dass er davon ausgeht, dass er so ist wie immer, dann würde ich ihm schwerstens abraten, davon das zu machen, egal mit wie viel Geld sie locken, weil es wird nur das Leiden verlängern und es wird, es schwerer machen hinterher, sich dann noch glaubwürdig zu ändern. Und um das dann abzuschließen, letzte Frage, denn er hat auch gestern im Live wieder mal gesagt, also er, auf dich setzt er große Stücke, ja, ich bin mittlerweile raus aus dem Thema, er sagt, der mit dem journalistischen Hintergrund, mit dem möchte er nichts mehr zu tun haben, das bin also ich. Bei dir hätte er sich versprochen, sich einfach mal mit dir auszutauschen, ein paar Tipps anzunehmen und so weiter. Jetzt können wir es ja mal konkret machen, nachdem auch in den Kommentaren gestern so ein bisschen kritisch nachgefragt wurde und gesagt wurde, ihr wolltet euch doch nicht mehr mit ihm unterhalten und so weiter und du denn doch wohl gesagt hast, bei ihm im Chat irgendwie, wir können uns ja doch mal austauschen. Jetzt mal ganz offiziell, bist du für ein Gespräch offen mit ihm oder sagst du, brauchen wir eigentlich nicht, mach du dein Ding, wir machen unser Ding und dann ist das Ding jetzt auch durch. Also, sag mal so, emotional und so was alles, brauchen wir nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn es so ist, dass er es ernst, also, es ist wie mit Kindern. Ich habe vier Kinder und ich habe auch schwierige Kollegen gehabt. Ich stehe total auf schwierige Menschen, ja, wenn es so ist, dass es wirklich Sinn machen soll. Und ich würde mich mit ihm natürlich, ich unterhalte mich mit jedem Menschen. Sogar mit mir. Ja, und was nur nicht, die Erwartungshaltung darf nicht sein, dass ich irgendwie sag, irgendwie Honig und Bart schmieren und dass ich irgendwie sag, pass auf, das was du machst, ist alles super und so. Ich würde genau das gleiche, was ich jetzt auch schon gesagt habe und ich würde mich auch genauso drüber lustig machen und übrigens, was das Mikrofon angeht und diese Schluckgeräusche und das alles, würde ich auch meinen handwerklichen Tipp geben, dass das Blödsinn ist. Das würde ich auch, ich würde auch nicht, also es ist nicht, es macht jetzt keinen Sinn, mit jemandem zu sprechen mit dem Ziel, dass man das hört, was man hören will. Aber jetzt mal rein, meine fachliche Meinung über seine Zukunft, habe ich ja eben schon gesagt, ja, das erkläre ich ihm gerne. Also ich spreche auch gerne, ich spreche mit jedem gerne. Da habe ich wohl kein Problem. Und das würdet ihr dann aber oft kein machen in einem Vier-Ohren-Augen-Gespräch, wie auch immer. Egal, ich habe nichts zu verbergen, ich habe nichts, mich nicht zu verstecken, ich bin total irrelevant, was Zuschauerzahlen betrifft, ich bringe keine Zuschauer mit. Keiner von den Leuten, die mit mir ernsthaft zu tun haben, guckt sich überhaupt solche Sachen an. Und wenn die das nebenbei sehen, sagen sie, Mensch, du machst ja skurrile Sachen, aber hast ja dein Leben lang gemacht, mach das, Mann. Ich muss sagen, ich habe so eine Situation, ich habe so eine ähnliche Situation vor, keine Ahnung, 18 Jahren, glaube ich, oder so, habe ich das schon mal gehabt. Und ich glaube, da habe ich jemandem sehr geholfen, weil der hat tatsächlich danach eine anständige Karriere als Schauspieler gemacht. Und das war zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, aussichtslos. Okay. Ich würde jetzt keinen Namen nennen, aber egal. Ich meine, manchmal ist es ja so, dass man, wenn man mit jemandem spricht, der tatsächlich einem vielleicht was zu sagen hat und sowas alles, dann ist es ja vielleicht manchmal auch hilfreich und es kann auch so ein Kick nochmal sein. Also ich, um es jetzt zusammenzufassen, wir reden schon viel zu lange über das Thema. Ja. Natürlich bin ich gerne bereit, mit jemandem zu sprechen. Und das haben wir ja auch in Sachen Hotte zum Beispiel, haben wir das bewiesen. Und da muss ich sagen, da müssen wir, also wir haben viele Menschen gehabt, die das Hotte sich angeguckt haben. Der Frank hat übrigens, man muss es hier sagen, der Frank trinkt natürlich kein Bier, sondern Apfelschorle. Natürlich. Ja, gut. Und ja, auch da hat man durchaus ein bisschen kritisch nachgefragt, warum wir auch Hotte eine Plattform gegeben haben, weil wir uns einfach mit Menschen unterhalten. Für mich, was die wichtige Botschaft bei Hotte ist, ich finde das gar nicht toll, ich finde auch nicht toll, was er in seinem Leben großartig gemacht hat, ich finde gar nichts toll, aber was ich toll finde ist, dass jemand da ist, der einfach sich traut und sich nicht verbogen hat und einfach so ist, wie er ist. Und Menschen, die so sind, wie sie sind, die muss man auch beurteilen für die, wo sie herkommen und was sie machen und man muss nicht alles auf die Goldwaage. Heute, wir leben in einer Gesellschaft, wo alle Menschen bei den anderen Leuten nur Fehler finden wollen. Und das ist ja auch das, was man uns vorwerfen kann. Wir hätten also in diesem Video über dieses ganze Outing in Sachen Reality, hätten wir zu wenig Positives über ihn gesagt. Nur ich habe tatsächlich nicht gewusst, was ich sagen sollte. Ich habe einfach das gesagt, was ich denke. Und das macht Hotte auch. Und Hotte hat ja selbstkritisch auch gesagt, das war jetzt scheiße mit an die Wand stellen und so, das hat er auch recht. Absolut. Aber man muss ja einen Menschen, der etwas sagt, auch immer in dem Zusammenhang sehen, wo er herkommt und was er ist und wie er es meint. Und dass der Typ ein rustikaler Geselle ist, gar keine Frage. Aber er ist kein, der hat das Herz trotzdem am rechten Fleck und er steht ja auch zu den Themen, die er in der Vergangenheit falsch gemacht hat und so. Also wenn du das ein bisschen recherchiert, nicht immer sich ein bisschen mit beschäftigt, sieht man das ja auch. Und deswegen finde ich es total okay, mit dem zu sprechen. Ich spreche mit allen. Genau. So, Thema Ende. Und ich würde auch sagen, bis wir dann irgendwann die Ausstrahlung prominent getrennt haben, und das können wir ja offiziell machen, brauchen wir es gar nicht mehr thematisieren. Also dann reden wir nochmal drüber, ob das wirklich so spektakulär war, was uns da jetzt angeteasert wurde oder nicht, werden wir dann sehen. Ganz kurz ein Schlenker, bevor wir gleich zu Big Brother kommen. Radda, Radda, Radadadada. Das kennst du im Wagen vor mir. Henry Valentino ist verstorben. Ja, aber noch schlimmer finde ich, dass Steve Harley verstorben ist. Steve Harley ist jemand, der mir sehr am Herzen liegt, wegen zwei, drei Liedern und wegen einem Live-Album. Mit dem anderen habe ich nicht so viel Verbindung, das muss ich sagen. Ja, aber Henry Valentino war auch ein großer Songschreiber. Es hat viel auch für Juliane Verding geschrieben und so weiter und so weiter. Also hat er Textlich. Mit dem Genre an sich verbindet mich nicht so viel wie eben mit Steve Harley zum Beispiel. Verstehe, siehst du? Und da sieht man auch unsere Unterschiede, weil man uns oftmals sagt, wir haben überhaupt keine Reibungen. Ich bin ja durchaus ein Freund des deutschen Liedgutes und somit haben wir da so kleine Reibungspunkte. Also das ist doch auch ganz schön. Ich bin auch ein Freund des deutschen Liedgutes, aber ich habe ein Problem oder beziehungsweise kulturell bin ich nicht sozialisiert mit den Schlagern der alten Generation. Ich steige erst wieder bei, ich sage jetzt mal, Helene Fischer-Style ein. Okay, also mit... Ich bin aber auch beim Ballermann, ich verstehe das Genre, ich finde es jetzt nicht toll, aber ich verstehe das Genre gut. Ich verstehe auch, ich finde auch super, dass man da Menschen gute Laune macht mit einfachen Texten und Rambazamba-Melodien und so finde ich alles okay. Ich bin nur nicht mit diesem alten, wirklich alten klassischen Schlager. Ich habe den Weg zurück. Udo Jürgens fand ich schon immer geil. Es gibt so ein paar Kandidaten, ich fand auch Ulrich Roski zum Beispiel immer geil. Santa Maria, ich hielt ihre Jugend in den Händen, also diese ganzen Fickel-Songs, die es da gab, unterschwellig. Ja, ist nicht meine Welt leider. Ja, okay. Da haben wir drei Bumspunkt. Dann also lieber Icke-Hüftgold mit und wir sind halt wieder Bumsbar. Also das ist... Auch das entzieht sich, aber ich kann es verstehen. Weißt du, es geht ja nicht darum, dass man es gut findet immer. Es geht ja auch darum, dass man es versteht und vor allem die Leistung. Ich respektiere sehr die Leistung von Icke-Hüftgold. Ja. Weil das ist ja immer eine Kunst. Die Kunst ist ja, einen Markt zu finden und diesen Markt zu befriedigen irgendwie. Und das macht der super. Und am Ende sind wir alle Bumsbar. Bei wem, mit wem auch immer. Also mit der eigenen Frau oder halt auch nicht, aber ne. So, ganz kurz, weil wir uns nicht darüber noch nicht unterhalten. In The Fifty hast du noch nicht reingeschaut? Ich habe in The Fifty reingeschaut, neulich als meine Frau Nägel gemacht hat, habe ich da reingeschaut. Und du hast recht. Ich habe dann aufgehört, als sie gekommen ist. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde gesehen, aber du hast recht. Es ist viel. Es ist wirklich viel. Es ist ein unglaubliches Durcheinander, aber es ist auch eine Anhäufung von Skuriditäten. Definitiv. Definitiv. Und es sind wirklich auch die... Ich werde das nacharbeiten, mit meiner Frau zusammen nacharbeiten. Genau. Da sollten wir dann auf jeden Fall dann drüber sprechen, weil es sind wirklich the greatest hits of reality TV. Also von Jenny Elvers und wie alle. Sie sind alle da und werden auch ganz schnell aussortiert, kann ich dir sagen. Die Folgen 5 bis 8 sind seit gestern verfügbar. Und dann habe ich ganz schnell zwei Themen noch. Thema Nummer 1. RTL Plus veranstaltet im Herbst den allerersten Reality Award. Es wird also der Reality-Künstler der Nation ausgezeichnet und zwar durch ein Zuschauer-Voting. Wird bei RTL Plus im Stream exklusiv zu sehen sein, Gott sei Dank. Brauchen wir einen Reality Award. Und wer ist da deine Nummer 1? Also wir brauchen den Award nicht, weil er nämlich eine meistens dünne Leistung auch noch in ein noch größeres Licht stellt, als sie ohnehin schon durch die Einnahmen und den Ruhm und alles ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz den Bogen machen und ich verspreche, ich mache es nie wieder, aber stell dir vor, jemand, den wir als Reality-Menschen in einer Rolle A kennen, schafft den Wechsel zu einer neuen Rolle, dann hätte der den Preis gewonnen und das ist auch eine große Chance. Insofern, also wenn Valentina zum Beispiel jetzt, wenn die in ein Kloster eintritt und die Kloster-Chefin sagt nach drei Monaten ein bezauberndes Mädchen, das halt grundaggressiv war aufgrund ihrer Vergangenheit und hin und her, aber die sich jetzt gefunden hat und die jetzt zum Beispiel hier bei uns ein wunderbares Kräuterbeet angelegt hat und noch keine Bibelstunde versäumt hat, dann würde ich der sofort den Preis geben, weil sie, weil dieses Genre dazu geführt hat, dass sie sich selber im Spiegel gesehen hat und dass sie dann gesagt hat, ich muss was ändern und wenn das dann funktioniert, finde ich das toll und dann ist es auch preiswürdig. Oder stell dir mal vor, zwei Protagonisten, über die wir gerade gesprochen haben, Moderinnen auf einmal im WDR, Tiere suchen ein Zuhause, das wäre ja zum Beispiel eine neue Facette. Absolut. Und man würde eine neue Klientel zu einem bekannten Format führen, super. Ja, sehr schön. Also Reality Award, wir sind nicht gespannt, wer es werden wird. Kommen wir aber zu Big Brother, du hast uns letzte Woche erzählt, du hast im Bett so mit einem Auge geschaut, wie war es gestern Abend? Es hat ja ein bisschen früher begonnen. Ja, ein bisschen früher begonnen, das war gut für mich, deswegen habe ich etwas länger gesehen. Ich habe noch, also ich habe diese, ich war total erstaunt über die Aggression von Kevin, der ja plötzlich, also vor allem wie, also wie aus dem Nichts explodiert ist, gegen Maxim heißt sie, glaube ich, und diesen anderen Kollegen mit dem Tattoos, Sandro, Sandro. Sandro, genau. Der Satz, der uns in der Rinnung bleibt ist, vielleicht hast du ja gar keinen Schwanz in der Hose. Ja, darum geht es, das war für ihn, also das ist die höchste, höchstes Beleidigungslevel ist, dass man keinen Schwanz in der Hose hat. Das gilt ja für alle Frauen, also da ist die Frauen schon mal wieder unterdrückt. Was ich erstaunlich finde, ist, dass er ein totales Klischee erfüllt und das einfach ganz hemmungslos macht, was auch zeigt, dass die da drin inzwischen die Kameras, zumindest zum Teil, also die weniger Intelligenten, haben die Kameras vergessen. Ja. Das ist für das Format dann immer gut. Es ist für die eigene, für das eigene, wie soll man sagen, für das eigene Leben ist das, ist das nicht gut, weil dann, ja, dann kommen Sachen auf den Tisch, die man nicht will, dass sie auf den Tisch kommen. Ich fand auch übrigens dieses ganze Voting ganz schwach, ganz furchtbar, furchtbar schwach, völlig uninteressant. Warum, warum müssen immer sieben, acht Leute eigentlich nominiert sein? Also. Ja, wegen der Telefoneinnahmen. Okay. Weil das ist ja ein Fanvoting und je mehr Leute du aufstellst, desto mehr Anrufe rufen, wenn du nur zwei hast, dann rufen sie nur für zwei Leute an und zwar nur die Fans von dem. Ja, aber früher war es so, du konntest die ganze Woche anrufen und voten, jetzt machen sie es innerhalb von einer Stunde, also verdienst du doch eigentlich auch nicht wirklich viel damit. Weiß ich, ob man nicht, kann man nicht über die Woche auch voten? Nö, weil du weißt ja gar nicht, wer nominiert ist. Die Nominierung. Weil jemand nominiert ist, weil es sind ja über die Zeit immer Leute nominiert. Jeden Tag. Ja, deswegen ist es, also hätte ich gedacht, du könntest dann da schon für den anrufen oder so. Die Nummern werden erst in der Live-Show, wird zum Voting aufgerufen und das heißt, du hast Maximum im Netz schon geben, die Nummern oder so. Das mag sein, aber trotzdem sehr merkwürdig irgendwie und das heißt, nachdem du das gesehen hast, hast du also auch die Konfrontation vorher, die wir nochmal gesehen haben, die Woche über gesehen, wo es also darum ging, dass unsere Sierra, Nevada nenne ich sie immer ganz lieb, unsere Sierra, der Maxim die Extensions rausreißen wollte und Big Brother eingeschritten ist und gesagt hat, Gewalt an Drogen werden hier geahndet. Ganz kurz dein Statement dazu. Übertrieben oder richtig? Nee, richtig. Bedenklich, dass es dazu überhaupt gekommen ist. Also, ne, Uli, der Big Brother Psychologe, was ist los? Ist da was durchgegangen? Man weiß es nicht, weil das ist ja auch da auch wieder, ne, also Kamera vergessen, Grundhaltung. Das ist aus ihrem, das ist aus ihrem Alltag, die ist so. Aber ist Uli vielleicht auch ein bisschen Altersmilde geworden? Ich glaube, da geht das auch langsam in Richtung Rente, oder? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob es Uli gemacht hat tatsächlich, aber ich weiß, also ich denke mal eins, eigentlich normalerweise wirst du ja immer erfahrener, je länger du für so ein Format arbeitest, deswegen ist es eigentlich gut, wenn du lange dabei bist. Da ist irgendwas, also die haben, es ist einfach eine, klar kann sein, dass man sagt, okay, das ist kontrollierbar, aber ich finde, dass dieses, das betrifft auch Kevin, dieses Explosive, ne, das finde ich schon schwierig. Also. Und dann gab es das Thema Alltagsrassismus. Ja. Und zwar Sandro, der übrigens deswegen ja schon in der Vorwoche nominiert wurde und wir gar nicht wussten, was es damit auf sich hatte, als nämlich Jael gesagt hat, ich nominiere den Sandro, weil er Äußerungen gegen Minderheiten getätigt hat, die ich so nicht akzeptieren kann. Wir wussten gar nicht, warum es ging, weil es uns das bis dato dann nicht gezeigt wurde. Ich gehe mal davon aus, dass man es deswegen in der Verpflichtung war, es jetzt doch nochmal zu thematisieren, weil sie es in der Live-Show letzte Woche gesagt hat und die sich gefragt hat, was war denn da los? Und es war so, dass Sandro in einer Diskussion darüber erzählt hat, dass er im Urlaub war, ich weiß gar nicht mehr wo, und dort in diesem Hotel russische Bauarbeiter unter anderem waren, die sehr laut waren. Wo man sagen könnte, das klingt ein bisschen klischeehaft, so der immer trinkende Wodka trinkende Russe. Genauso wie man sagt, wenn Engländer irgendwo unterwegs sind, dann sind sie auch entweder immer sonnenverbrannt und betrunken. So diese alte Klischee-Schublade. Aber, sorry, also vielleicht ist das jetzt dünnes Eis, dann stutz mich zurecht. Diesen Satz, und er hat ja nicht viel mehr gesagt, er hat ja weder gesagt, scheiß Russen noch sonst irgendwas, sondern er hat eben nur gesagt, diese russischen Bauarbeiter und ich glaube noch eine andere Nation und Bauarbeiter, die waren sehr laut, das hat mich genervt. Sind wir da wirklich, sind wir da im Bereich des Alltagsrassismus? Ich habe das nicht als so dramatisch empfunden. Schon gar nicht, dass man die Gruppe zusammensucht und Big Brother dann eine Standpauke hält. Oder? Also das ist die, das ist die zeitgeistesgestörte Gesellschaft tatsächlich, die, das ist auf der Suche nach Fehlern und das ist wirklich einfach nur verzweifelt nach Content suchen, den man irgendwie promoten kann. Es ist, ich finde es völlig irrelevant, uninteressant und jeder Mensch im normalen Sprachgebrauch, und ich sage mal so, ich hatte das ja glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt hatte oder dir persönlich gesagt hatte, aber wenn du zum Beispiel auf einem großen AIDA-Schiff bist oder warst letzte Woche, ich habe einen Bekannten, der da war, der, keine Ahnung, bei AIDA inzwischen 300.000 Euro ausgegeben hat für Urlaubsreisen in den letzten Jahren und der ist vorzeitig abgereist, weil da, und es waren keine Russen, es waren Ukrainer, eine große Gruppe Ukrainer war, die sich unfassbar daneben benommen hat und das hat er auch genau so gesagt und das finde ich nicht schlimm, weil das waren alles Ukrainer und sie haben von morgens bis abends gesoffen und sie waren unglaublich laut und sie haben ohne Rücksicht auf die Kinder zum Beispiel sich am Pool verhalten und so weiter und so fort. Das ist eine Gruppe von Menschen und diese Gruppe hat sich so verhalten und das hat jemand berichtet, das war es. Ich sage nicht, dass alle Ukrainer anlaufen. Genau, das ist der Punkt. Ich sage auch nicht, dass die alle immer besoffen sind und ich sage auch nicht, dass die Ukrainer Russen und die Russen Ukrainer sind und ich sage auch nicht, dass die männlich oder weiblich oder wie eigentlich deren Pronomen sind, alles das sage ich nicht. Ich sage nur, da an Bord war es so und hier ist es genau das Gleiche. Ich weiß nicht, wo hat dieser Vorfall nochmal stattgefunden? In welchem Land? Ich glaube in Spanien, glaube ich. Ich glaube Mallorca war es. Glaube ich zumindest. Mallorca habe ich auch so verstanden. Ich dachte, es wäre vielleicht Türkei gewesen. Aber wenn es Mallorca war, werden es nicht mal Russen gewesen sein, sondern werden es wahrscheinlich Ukrainer gewesen sein, weil ja die Russen gar nicht nach Mallorca fahren können. Okay. Das stimmt doch jetzt politisch. Ich weiß nicht ganz genau, ob es stimmt, aber ja, ja, genau. Ich habe verstanden, dass im Moment gerade, dass die Russen nicht einfach ausreisen können und in Europa irgendwo Urlaub machen können. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist. Ich bin da kein... Ich weiß doch nicht, wie lange das her ist. Also wie lange sein Erlebnis her ist, das wissen wir auch nicht. Und man muss nochmal sagen, er hat ja wirklich nur gesagt, er hätte nicht gesagt, alle Russen sind trinkende, lautende Menschen, eine trinkende, lautende Nation, laute Nation, sondern er hat gesagt, ich konnte nachts nicht schlafen in meinem Hotel, weil diese Menschen getrunken haben und dabei laut waren. Es waren zufällig Russen. Es hätten Engländer, Dänen, Schweden, Ostfriesen, whatever sein können, Hamburger, ja, also alles, da hätte auch keiner gesagt, der... Günstliches Aufpumpen eines Nichtvorfalls. Genau. Also da jetzt irgendwie, also da erinnere ich mich an, und da haben wir, glaube ich, ja auch schon drüber gesprochen, an eine Staffel, an der du noch beteiligt warst, als zum Beispiel Rebecca alias Rebelli damals rechtsradikale Äußerung getätigt hat und damals zu Recht in der Live-Show übrigens, glaube ich, ein Überlebender des KZs, wenn ich mich recht entsinne, in die Gruppe ins Haus kam und sich mit den Bewohnern hingesetzt hat und so ein bisschen Aufklärung betrieben hat. Aber da sind wir doch auf einer ganz anderen Ebene. Ja, also wie gesagt, und dann auch da wieder, da sind wir beim Hotte-Thema, also guck dir doch den Hintergrund von jemandem an. Du kannst ja nicht jemand, also wenn jemand, sag ich jetzt mal, einen nachweislich rechtsradikalen, rechtsextremistischen Hintergrund hat und mehrfach aufgefallen ist und der sagt sowas, würde ich den Satz anders beurteilen, als wenn irgendjemand, den ich kaum kenne, der aus der Mitte des Lebens sozusagen kommt und der wohlgecastet ist, sowas sagt, der hat nichts weiter gesagt, als dass da Russen waren, die gesoffen haben und laut waren. Und das wird so gewesen sein. Und an der Sprache kannst du es erkennen. Du weißt nicht, ob es Russen oder Ukrainer oder Ukrainer und Russen oder ob es Weißrussen sind oder Belarusen oder, das weiß man natürlich nicht. Aber er hat jetzt erstmal Russen als Überbegriff gesagt, das mag sprachlich nicht ganz korrekt sein, aber jetzt lass doch den Menschen leben und was soll denn diese ewige Inszeniererei von irgendwelchen Bessermenschen tun? Das ist doch weit ab von jeder Realität. Und ihm irgendwas vorzuwerfen, ist weit ab jeder Realität. Viel schlimmer, ganz ehrlich, viel schlimmer fand ich, dass da jemand drin rumspringt, der eigentlich mit dem Vorurteil zu leben hat, dass Leute sagen, die Farbiger hätten größere Penisse, ja, und dass der da rumspringt und er redet anderen Leuten ein, dass sie einen kleinen Penis oder gar keinen Penis hätten. Das ist ja, da müsstest du ja theoretisch auch sagen, wie kann denn der, ja, der sich zu Recht darüber beschwert, dass er unter Umständen in seinem Alltagsleben rassistisch beleidigt wird mit irgendwas oder reduziert wird, wie kann der denn anfangen, andere zu reduzieren? Das ist ja total irre. Da müsste man normalerweise das ja auch inszenieren, hat aber keiner gemacht. Und am Ende ist das, ist das Diskriminierung von Menschen mit kleinen Penissen? Ich habe mich total diskriminiert gefühlt. Deine Frau lag neben dir, hat dich gestreift und gesagt, nimm es nicht so her, nimm es nicht so her. Sie hat gesagt, wir kriegen das wieder hin. Du, bloß weil die Waden verkürzt sind, mach dir keine Sorgen. Aber das bedeutet am Ende, viel mehr Inhalt gibt es da nicht, wenn man so ein Thema so aufblasen muss, oder? Das ist das Problem. Ja. Und ich muss sagen, du hast es ja beim Voting gesehen, also die Idee, dass zum Beispiel zwei Leute voten, ist grundsätzlich gar nicht so eine schlechte Idee, weil wenigstens eine Kommunikation stattfindet. Aber ich vergesse ihren Namen, heißt sie Greta? Die als erstes rein, Greta, Gerda, Gretz, irgendwie, mit den dunklen, kurzen Haaren, die auch nominiert. Gima. Gima. Gema. Gema. Ja, genau. Ich lese immer Gema, weil ich... Und denkst gleich immer, du musst Geld abdrücken, oder? Ja, genau. Also auf jeden Fall, Gima war doch zusammen mit dem Jungen, mit der Kapuze, der kaum sprechen kann. Chris, heißt er Chris? Ich glaube ja. Mit der Grau... Das ist eher so ein unscheinbarer, ja, ja, genau. Rudi, sowas alles, der so kaum sprechen kann und dann sagt sie, ja, also ich nominiere die und die und dann sagt er, ja, das sehe ich nicht so, also ich hätte die gerne, würde ich jetzt nicht, ja, dann nehmen wir, wir nominieren die, ja, dann gut, dann nominieren, das ist aber nicht böse gemeint hin und her und dann geht er nach zu ihr hin und dann sagt er zu ihr, du, ich konnte gar nicht von Herzen und wir haben ja gerade so ein schönes Gespräch gehabt, aber was sollte ich denn machen? Mein Gott, was für eine jämmerliche Vorstellung. Und noch dazu, eine tatsächlich schlechte Wahl, weil eine, wenn zwei reingehen, sie nicht darüber diskutieren ernsthaft, dann ist ja schon mal der Inhalt der Sendung weg. Da hätte ich als Big Brother immer gesagt, Freunde, jetzt mal Butter bei die Fische, du würdest den nehmen, du würdest den nehmen, dann warum, wieso, weshalb, macht irgendwas, Streichholzer ziehen, Schnick, Schnack, Schnuck, irgendwas, aber findet ein Ergebnis und nicht, dass der eine hinterher hingeht und mit einer Heulsusennummer und hochgezogener Kapuze da kaum verständlich irgendwas nuschelt von wegen, dass es ihm leid tut, dann nehmen sie sich in den Arm, dann weinen alle ein bisschen, was für ein Elend, was für ein, also inhaltliches Elend. Und nach der zweiten Live-Show wissen wir jetzt, sie geht weiter in 45 Minuten netto ohne Werbung, es gibt außer Nominierung, rausfliegen und Verkündung, ob die Wochenaufgabe gewonnen wurde, nichts an Inhalt. Wochenaufgabe wurde übrigens verloren, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast, die Wochenaufgabe stand darin, diesen Badezuber zu füllen. Ganz ehrlich, auch das, also ich habe das noch mitbekommen, ich habe auch mitbekommen, wie die verschiedenen Leute dann gefragt wurden, glaubst du, dass ihr es geschafft habt und so, dann sagen die einen ja und die anderen, also das ist so langweilig und so uninteressant und du kannst als Zuschauer ja nicht mal partizipieren, du hast ja nicht mal die Chance, selber deine Einschätzung abzugeben, weil das ist entfernt, weg vom Zuschauer. Selbst wenn du jede Folge gesehen hast auf Join, kannst du nicht mitraten, mit beurteilen. Wenn du, keine Ahnung, wenn du einen Heuhaufen nimmst und packst in den Heuhaufen 10.000 Stecknadeln, dann weißt du, dann siehst du einen Heuhaufen, dann weißt du, diese 10.000 Stecknadeln sind da reingepackt worden, jetzt muss man die Stecknadeln aus dem Heuhaufen suchen, ja, hast du noch ein kleines Motto, was man sich leicht merken kann, so. Und dann kannst du das beurteilen, du kannst das nachfühlen, die Gefahr, wenn man da reingreift in den Heuhaufen, dass man sich piekst und so, da ist Emotion mit drin. In dieser Wette ist keine Emotion, keine Geschichte, kein Potenzial und am Ende ist es auch egal, ob jemand gewonnen, ob das Team gewonnen oder verloren. Es geht eigentlich, worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich darum, irgendwie sie negativ zu belasten, dass sie aggressiver werden und das finde ich daneben. Und sie, genau, es ging also darum, sozusagen zu schätzen, wie viel Liter Wasser in diesen Badezuber rein müssen. Diesen Wert verdoppelt man und dann hat man die Minutenanzahl, die man in diesem Badezuber verbringen muss, also badenderweise. Und sie haben 37 Stunden gebadet insgesamt und 43 Stunden hätten es sein müssen, also haben sie falsch gerechnet oder falsch geschippt, wie auch immer. Was also wieder bedeutet, es gibt wieder weniger Essensration, es heißt wieder 2 Euro pro Tag pro Bewohner und weiterhin ein Phänomen, was wir gestern in der Live-Show gesehen haben, dass Essen verschwindet, wo ich mich immer frage, wenn wir doch überall Kameras haben, warum wird nicht für den Zuschauer zumindest ersichtlich gemacht, wer der Dieb ist? Also es heißt zum Beispiel, wir haben 34 Kiwis gekauft und haben gesagt... Genau, das habe ich nicht richtig verstanden, weil das heißt 34 Kiwis, zwei für jeden. Wobei gesagt wurde eigentlich nur eine für jeden und ich weiß gar nicht, warum nur eine für jeden und trotzdem hieß es am Ende, dass fünf Leute überhaupt keine bekommen haben. Genau, und es sind ja... Einer ist rausgewählt, ne? Bis jetzt. Ja, eine, ja. Eine ist rausgewählt, genau. Das bedeutet aber, dass wir ja nicht 17 Leute drin haben, sondern noch 16. Genau. Wenn du für 16 Leute Kiwis kaufst und hast 34 Kiwis, dann sind das für jeden zwei Kiwis und es sind noch manche über. So, wenn sie gewählt, wenn sie den Einkauf gemacht hätten, als sie noch zu 17 waren, dann wären die, würde das bedeuten, zwei für jeden. Weil 34, 17 mal 2, 34 wäre zwei für jeden. So oder so, entweder zwei für jeden und ein paar im Sinn oder zwei für jeden. Irgendwie macht das logisch Sinn. Gestern hat man mir das nicht, es ist nicht nachvollziehbar, dass fünf Leute keine Kiwi hatten. Wie kann das denn? Was ist passiert? Vor allem pennen die Leute im Regieraum, die für die Aufzeichnung zuständig sind. Warum kriegen wir nicht Bilder serviert? Die zeigen hier, da ist Madame und hat sich fünf Kiwis reingehauen oder hat sie mit Heimlich aufs Klo genommen und sie da gegessen oder was auch immer. Genauso, dass unter der Woche immer wieder auch Essen verschwunden ist. Also dass teilweise Essen, also hier die, wie heißt sie denn, die Angela ist ja die Köchin, das war die, die bis am Ende auch noch nominiert war. Die ist sozusagen die Gruppenköchin und teilt auch die Lebensmittel ein und sagt, morgen gibt es das Menü, übermorgen gibt es das Menü und dann verschwinden Lebensmittel auf einmal, tags oder nachts und man hat sie nicht. Warum erfahre ich als Zuschauer nicht, wer der Dieb ist? Ja, also ich habe erst gedacht, als das so thematisiert wurde, habe ich gedacht, aha, vielleicht machen sie jetzt folgendes, für die nächste Nominierung setzen wir alle in einen Raum und zeigen, wer der Dieb ist, weil der Dieb dann nominiert wird. Jetzt bringst du sie auf Ideen, auf die sie selber gar nicht gekommen wären. Also, ich verstehe auch nicht, das war ja auch die Kevin-Explosion, deswegen hätte ich schon mal gedacht, getroffene Hunde bellen, weil ja sie, Maxime hat ja zu ihm irgendwas gesagt, von wegen, Vanillezucker geklaut. Es ist ja ein Zucker hinterher, irgendwas mit Zucker. Vanillezucker, ja, Hätte er, wobei geklaut, also ich weiß ja nicht, was der Hintergrund der Geschichte ist, auch diese Geschichte erklärt sich uns leider nicht, wir wissen es nicht, aber irgendwie scheint da was gewesen zu sein, dass er Zucker gegessen hat, daraufhin ist er sofort explodiert. So, da ist jetzt schon die Frage, warum reagiert er eigentlich so? Er hätte ja einfach sagen können, was willst du denn, was ist denn mit dem Zucker los? Aber, dass es dann so weit geht und dass es dann ruckzuck bei Schwanz los ist und so, ganz komisch. Vielleicht macht er, vielleicht macht er einen Vanillezucker Handel auf und wollte eigentlich nicht ertappt werden. Also, dass er heimlich dealt im Haus, im Container mit Vanillezucker, ich weiß es nicht. Ja, oder aber er probiert, mit seinem Körper und Vanillezucker Schuraskos herzustellen. Und apropos Zucker, da fällt mir gerade ein, das habe ich in der Tagessammfassung vorgestern noch gesehen, apropos Lebensmittel, die verschwinden, der komplette Zucker ist weg, also der wurde verbraucht, das heißt, sie wollten noch Kekse machen und so weiter und so weiter, war von der Köchin geplant, können sie alles nicht mal machen, weil der komplette Zucker weg ist. Ja. Das sind Dramen im Container. Die heißen nicht Schurasko, die heißen Schurros. Diese braunen, penisförmigen, langen Dinger, die mit Vanillezucker bestreut sind. Und vielleicht hat er, jetzt muss ich das nochmal korrigieren, vielleicht hat er probiert, Schurros herzustellen. Es weiß nur Kevin. Es weiß nur Kevin. Ganz kurz auf die Quoten, das machen wir immer sehr gerne. Letzte Woche hatten wir 540.000 Zuschauer insgesamt. Jetzt gestern waren es 530.000. Sieben Prozent Marktanteil. Ja, trotz früherer Start, keine besseren Quoten. Vor allem Herr Geissen, der davor gesendet hat, wo ich mich verwundert, wo ich mir verwundert die Augen gerieben habe. Oliver Geissen ist jetzt bei Sat.1 und macht eine Ranking-Show à la Sonja Ziedlow. Hat mit 1,2 Millionen Zuschauer relativ gut performt. Big Brother hat danach sozusagen 700.000 Zuschauer verloren. Und es ist weiterhin so, dass die Tageszusammenfassungen der Vorwoche danach die ganze Nacht überlaufen. Warum auch immer, man weiß es nicht. Und Jochen Trapp hatte eigentlich wieder keine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Den hat er so mit, weißt du was, ich kenne den ja, ne? Und der tut mir so leid, weil er eigentlich, finde ich, mit Marlene zusammen, also wenn es nicht so ist wie beim letzten Mal, aber eigentlich haben die viel Spaß daran und sind auch ein tolles Paar, um das zu moderieren. Und er weiß ja, wie gut sich das anfühlen kann, dieses Format zu machen. Und ich finde es total traurig. Ich meine, klar ist es so, er verdient seine Kohle, alles gut, deswegen macht er das auch. Aber ich finde es so schade, dass die gesamte Emotion irgendwie weg ist. Das macht mich, mich persönlich macht das so ein bisschen, also ich, ja, mich macht es ein bisschen traurig, wie das so läuft. Ich finde das nicht schön. Du hast ja in dieser Live-Show, also ich finde, dass der Titel Live-Show nicht mehr berechtigt ist, weil es ist weder eine Show, live ist es okay, aber es ist keine Show. Es sind ja nicht mal Gäste da, also Familienmitglieder, da Kandidaten, Dinge, wo man früher gesagt hat, das gehört irgendwie, das gab sogar in den ersten Staffeln, vielleicht erinnerst du dich noch, mit Alex Bechtel, Family and Friends, Big Brother Family and Friends, als eigenständiges Format Sonntagsnabend. Ich war dabei, ich weiß es noch. Und hier ist niemand, gar nichts, nothing, also selbst der Auszug findet ja so statt, dass der Auszuziehen aus dem Raum der Entscheidung sich nicht mehr verabschieden darf bei den Mitbewohnern, sondern geht direkt raus zu Jochen, da steht man eine Minute lang, lässt sich kurz von Jochen knuddeln und sagt, na, wie fühlst du dich jetzt? Ja, scheiße, ja, alles klar, dann schönen Abend noch und tschüss. Das ist die Verabschiedung. Ich bin wieder aufgewacht, da war schon die nächste Sendung, das heißt, wer ist denn jetzt im Gottesnamen am Ende gegangen? Achso, hier, Sierra. Ah, Sierra, alles klar, ja. Ob Mann, ob Frau, Mann weiß ich nicht so genau und das darf man wahrscheinlich auch wieder nicht sagen, obwohl ja ein Bewohner auf sie zugekommen ist beziehungsweise, nee, hinterm Rücken wohl gefragt hat, ich weiß gar nicht, ist es denn jetzt Männlein oder Weiblein, aber das war schon auch wieder ein Riesendrama, wie kann man sowas fragen? Ich finde, man kann doch sowas fragen. Okay, man hätte die Person direkt fragen können, aber ein ehrliches Interesse an einem Menschen und ich habe mich als Zuschauer ja auch gefragt, sie hat ja, sie ist ja eingezogen und hat ja gesagt, einer der beiden Stimmbänder liegt brach und deswegen ist die Stimme so ein bisschen krächtzig, wenn ich das richtig verstanden habe, aber für mich assoziiert ist natürlich gleich, gab es da mal eine Geschlechtsangleichung oder nicht, das ist für mich einfach ein ehrliches Interesse an einer Person, das hat ja nichts mit Mobbing oder Diskriminierung oder sonst was zu tun. Ich würde es einfach nur gerne wissen aus Interesse halber. Ich sage mal so, wenn ich im Wald bin und ich sehe im Wald ein putziges kleines Tierchen mit braunem Fell, ungefähr 30 Zentimeter lang, rennt durch die Gegend und ich gucke hin und denke, was ist das wohl? Ist es ein Biber? Ist es eine Ratte? Ist es vielleicht ein Hase? Ich weiß es nicht genau und ich mache ein Foto davon und dann google ich dieses Foto und dann stelle ich fest, es ist eine Bisamratte. Dann habe ich doch Interesse an diesem Tier und habe mich erkundigt, was das ist, weil ich es nicht erkannt habe und wenn du Menschen vor dir hast, vor denen du nicht erkennst, ob sie Männlein, Fräulein oder ein Toaster sind, dann ist es doch so, dass du sie fragst. Was willst du sonst machen? Wen willst du sonst fragen? Willst du andere Menschen fragen, was könnte das wohl sein? Nein, du fragst ihn selber. Wie soll das in irgendeiner Form offensive sein? Das ist Irrsinn. Das ist totaler Quatsch. Diese Betroffenheitsscheiße geht mir so dermaßen auf den Senkel Wahnsinn. Und wenn du doch vor allem Bewohner besetzt, möglichst vielfältig, und das haben wir beim Einzug ja gesagt, es ist der Schwarze dabei und es ist das Medium dabei und die blonde Onlyfans-Kandidatin und der Tätowierte. Also es ist ja nach, ich weiß nicht, ob man sagen kann, so ein bisschen nach Klischee auch besetzt. Also es ist von jedem irgendwie was dabei. Dann darf man doch auch fragen. Also das sind ja durchaus auch Menschen, die so gar nicht täglich vielleicht im Kontakt miteinander sind in ihrer eigenen Welt. Da darf man doch Fragen stellen. Absolut. Gut. Wir stellen wieder, ja. Wir werden es nicht klären. Wir gehen ratlos in die nächste Woche. So geht es aus. Wir stellen wieder Fragen nächste Woche, wenn wir uns wieder drum kümmern, ob Big Brother rausgeflogen ist. Und ja, wir haben eine tolle Woche und manchmal treffen wir uns ja auch spontan. Da gibt es Herrn Brandt, der schickt mir eine Nachricht und sagt, wir müssen ganz dringend mal darüber sprechen. Also seid immer darauf gefasst. Es könnte sein, dass wir uns schneller wiedersehen, als ihr glaubt. Ansonsten spätestens nächsten Dienstag zur selben Zeit. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Liebe Grüße nach Hamburg. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.